ja hallo hier über ein kurzes video und zwar habe ich einfach mal auf die aufnahme taste gedrückt weil ich hier gerade so ein szenario habe wo der eigentliche map boss absorbiert oder einverlagd wurde und dadurch spawnen hier so ein portal und der ganze bosskampf ändert sich also ein komplett anderer boss ja und den gucken wir uns gleich an und diese bosskämpfe sind meistens gar nicht so ohne wenn man sie vor allem wenn man nicht weiß was sie machen aber jetzt schauen wir einfach mal rein und dann bin ich auch erstmal ruhig für den rest des bosskampfes und konzentriert mich darauf so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020